Hallo Leute, wie ist ihr das Wochenende bei der Eröffnung vom Duotone Pro Center Neusiedler See? Dank des starken Regens jetzt auch wieder saugeile Bedienungen zum Wingen. Um Himmels Willen, das war ein Wochenende. Die Eröffnung, das Essen von der singalesischen Truppe, die Leute, das Material, das Team von Duotone Kiteboarding, besser kann es nicht sein. Am Abend haben wir dann noch Zupolo gespielt, wo jeder auf seine Kosten gekommen ist. Am letzten Tag am Sonntag war es perfekt für einen Kite- und Wing-Test. Ab jetzt gibt es das feinste Duotone Material hier am Pro Center immer für euch zu testen. Von Wings bis zu Kites bis zu Windsurf Material ist alles für euch am Start.